Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV News. Montags gebe ich euch ja gerne einen Überblick, was bei uns in der kommenden Woche bzw. in der laufenden Woche jetzt alles so anliegt. Wir haben zwei neue Testwagen bekommen. Zum einen den Kia Sorento, zum anderen den BMW X3 als M40i. Wir haben aber auch immer noch den Audi S3 Sportback hier. Den drehen wir dann auch schon morgen für euch ab. Ich bin dann Mittwoch und Donnerstag unterwegs in Stuttgart und unterhalte mich mit den Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich elektrische Laster mitfahren und wenn das klappt, dann bringe ich euch auf jeden Fall davon auch ein Clip mit. Am Freitag drehen dann Tobi und ich den Kia Sorento schon ab und Samstag und Sonntag bin ich für euch in Marseille unterwegs. Opel hat mich eingeladen zusammen mit Ike und wir drehen für euch den Opel Insignia als GSI dann ab. Was das Video Output, was den Video Output diese Woche angeht, heute dieses Video und ich denke, dass wir dann Mitte der Woche auch den Audi schon rausschubsen werden. Vielleicht machen wir noch so ein AusfahrTV. Ihr fragt, ich antworte, was wir zwischendurch noch rausschieben können. Macht aber auch nichts, wenn die Woche ein bisschen ruhiger wird, weil die nächste Woche wird richtig, richtig voll. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles gehandelt kriegen. Da kommen aber jedenfalls jede Menge Videos. Das erzähle ich euch dann aber nächsten Montag. Einstweilen sage ich, tschüss bis dann, euer Jan. Einstweilen. 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 Vielen Dank.